Umar vs. Merab mausert sich immer mehr zu einem richtig geladenen Fight und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Wir hatten gestern Abend eine Überraschungspressekonferenz für UFC 311 mit dem Main und Co-Main Event, also Mahatschew und Sarokyan und Umar Nurmagomedov und Merab Dwalishvili. Dort hatten wir vor allem sehr hitzige Diskussionen zwischen Umar und Merab. Und ich bin ehrlich, ich weiß bei Merab auch nie so ganz, wie ernst ich das alles nehmen kann und wie unernst. Denn Merab ist schon sauer, der ist schon wütend und der mag Umar auch einfach nicht. Aber meint er das alles ernst, wie der da auf einmal ins Mikrofon brüllt und von wegen, du hast mich zu respektieren, du hast nur den Titelshot geschenkt bekommen. Ich meine, der war ja auch zu scherzen aufgelegt. Der lustigste Moment des Abends, viele von euch haben davon wahrscheinlich schon einen Clip auf Social Media gesehen. Umar wurde, oder Mahatschew wurde gefragt, einer von beiden wurde gefragt, was war so der schönste Moment, den ihr miteinander geteilt habt, also Umar und Makatschew. Und Merab hat einfach losgebrüllt ins Mikrofon, Jacuzzi, hey, Jacuzzi. Und das ist dieses ganz berühmte Bild, wie Khabib und Mahatschew und Co. da einfach in so einem Jacuzzi sitzen. Merab brüllt da einfach rein, Jacuzzi. Und Umar hat geantwortet, ich war da gar nicht dabei. Und allgemein war das eine super unterhaltsame Pressekonferenz. Also klar, wer dazugehört hat, jedem seine Englisch-Skills sind um 10% geschrumpft. Aber ich finde die alle einfach irgendwie so lustig. Ich weiß auch nicht, ist es der Akzent, sind es die Aussagen. Aber wenn Mahatschew und Merab und so da reden und Trash-Talken, das hat für mich immer noch so eine lustige Note irgendwie mit dabei. Denn ganz ehrlich, Merab will hier auch ein Fight verkaufen. Ich weiß nicht, ob das Todfeinde sind, also Umar versteht es auf jeden Fall gar nicht. Ob Merab das ernst meint oder nicht, Umar checkt auf jeden Fall nicht, wo das Problem ist. Irgendwann hat Merab auch wirklich losgebrüllt und Umar hat wiederholt, hey, jetzt beruhig dich mal, jetzt chill doch mal endlich. Hey, jetzt chill doch mal. Auch Mahatschew, also Mahatschew und Umar haben betont, Merab, wir haben mit dir persönlich gar kein Problem. Wir haben kein Problem mit dir, Mann. Wir wollen halt den Titel. Und Mahatschew hat auch gesagt, hey, ich respektiere dich. Ich habe kein Problem mit dir. Aber lass den Titel, lass den Championship-Gürtel nicht schlecht aussehen. Merab schließt dann wieder auf Nationalitäten und da soll irgendwas gepostet worden sein auf Social Media. Ich glaube, Merab weiß selber gar nicht so genau, warum er Umar so wenig leiden kann. Aber es wird ein geladener Fight. Das wird's garantiert. Also, Umar vs. Merab ist so, so, so unerwartet hochgekocht auf einmal, vor allem mit dieser Pressekonferenz. Die Fans haben Bock und eine Sache schafft ja Merab. Und ob er ihn jetzt leiden kann oder nicht, ob das Fake ist oder nicht, die Fans haben Bock auf diesen Fight. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass Merab gewinnt tatsächlich. Ich denke nicht, dass er hier überemotional ist und was auch immer. Und ich glaube, im Vergleich zu Cody Garbrandt, der wurde ja überemotional in den Fights und hat sich dann Knockouts gefangen, weil er angefangen hat zu schwingen. Ich glaube, wenn Merab überemotional wird, der fängt nicht an zu schwingen, der schießt seine Knockouts einfach noch ein bisschen schneller und ein bisschen willkürlicher. Aber Leute, seid ihr auch gehypt jetzt auf Merab vs. Umar? Denkt ihr, Merab kann ihn wirklich nicht leiden oder denkt ihr, da ist ein bisschen Show dabei? Schreibt es unten rein. Das gerne. Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und damit, bis zum nächsten Mal. Und damit, bis zum nächsten Mal.